Allerdings ist diese Art der Risikosteuerung noch nicht ausreichend. Wir empfehlen ja dringend zusätzlich, Teil-Risk-Events mit abzusichern durch entsprechende Derivate. Herzlich willkommen aus Frankfurt beim exklusiven Volatilitäts-Roundtable von Fundview. Bei mir Bernhard Brunner vom Münchner Alternative-Spezialisten Finkham. Hallo und herzlich willkommen hier in Frankfurt. Hallo. Die Krisen sind vielfältig, die Volatilität aktuell entsprechend hoch. Ist das jetzt ein Umfeld, wo Wohler-Strategien punkten können und wenn ja, warum können Wohler-Strategien eben in diesem unsicheren Umfeld jetzt punkten? Grundsätzlich ist es so, dass jedes Marktumfeld auf seine Art und Weise positiv sein kann für die Volatilitäts-Risikoprämie, sofern keine unerwarteten Ereignisse eintreffen, die zu einem schnellen Volatilitätsanstieg führen können. Das gilt für Phasen mit niedriger Volatilität, wie wir das beispielsweise viele Jahre vor Corona auch gesehen haben, genauso wie für Phasen mit erhöhter Volatilität, in der wir uns vielleicht momentan befinden. Die in diesen Phasen oft höhere Nachfrage nach der Absicherung kann zusätzlich die Volatilitäts-Risikoprämie fördern. Aus unserer Sicht ist deswegen die Wohler-Prämie aus Portfolio-Gesichtspunkten ein sehr wertvoller Bestandteil und sollte dort auch entsprechend sich wiederfinden, weil man eben auch in Marktphasen, in denen sich Aktien seitwärts oder in einem Aktienbärenmarkt entsprechend positive Prämien erreichen kann. Jetzt machen Wohler-Strategien generell erstmal dasselbe, die Volatilitätsprämie zu vereinnahmen. Im Detail sieht es dann wieder anders aus. Wo unterscheidet sich eure Wohler-Strategie von der Konkurrenz? Grundsätzlich ist zu sagen, dass in etwa zwei Drittel der Volatilitätsprämie aus der Steilheit der Kurve, also der Skews, resultiert. Wir fokussieren uns vor allem auf diesen Bereich der Kurve, bei der Auswahl der Instrumente als auch bei der Auswahl der Underlyings, also sprich der Volatilitätsmärkte. Zum anderen haben wir unsere Strategie nochmal speziell auf die aktuelle Marktsituation angepasst. Insbesondere haben wir unser Risikomanagement erweitert und sichern nicht nur die Anstiege der realisierten Volatilität, sondern insbesondere auch Anstiege der impliziten Volatilität mit ab. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht, auch sehr wichtiger, ist unsere Erfahrung, die wir gesammelt haben in den vielen Jahren. Wir handeln Volatilität. Seit über 20 Jahren waren auch die Ersten, die Volatilität als Anlageklasse im Justiz-Fonds umgesetzt haben und haben natürlich in der Zeit viele positive als auch schwierige Marktphasen durchlebt und profitieren natürlich jetzt von der Erfahrung daraus. Erfahrung ist ein gutes Stichwort, weil ihr habt die Strategie eben auch angepasst im Rahmen oder nach der Corona-Krise. Worauf müssen Bola-Manager generell beim Risikomanagement achten? Aus meiner Sicht ist das der wichtigste und zentrale Punkt. Das Risikomanagement sollte immer im Vordergrund stehen. Aus unserer Sicht oder in unserem Ansatz verfolgen wir ein Risikomanagement auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene steuern wir das Exposure der Strategie relativ dynamisch und dort berücksichtigen wir typische Eigenschaften der Volatilität, wie beispielsweise Min-Reversion oder auch Cluster-Effekte. Dies ist uns beispielsweise in Phasen wie 2008 während der Finanzkrise auf diese Art und Weise sehr gut gelungen oder auch 2016 beim Brexit-Referendum oder eben auch 2022, als der Ukraine-Russland-Konflikt startete. Allerdings ist diese Art der Risikosteuerung noch nicht ausreichend. Wir empfehlen ja dringend zusätzlich, Tail-Risk-Events mit abzusichern durch entsprechende Derivate. Wir tun das bei uns durch zusätzliche Optionen, wo wir eben realisierte Volatilitätsausschläge als auch implizite Volatilitätsausschläge damit explizit absichern. Und der dritte Punkt, den wir auch empfehlen, ist, in diesem Marktumfeld, in dem wir uns momentan befinden, ist eine zusätzliche Absicherung des Deltas durch entsprechende Instrumente sinnvoll, weil nur dadurch in einem Aktienbärenmarkt auch die positive Prämie der Volatilität entsprechend vereinnahmt werden kann. Schwarze Schwerne kann man nie hervorsehen. Allerdings gibt es eine steigende Anzahl an sogenannten Zero-Day-Optionen. Ist das etwas, was wirklich zur Problematik für Wohler-Strategien werden könnte? Das ist insbesondere ein sehr interessantes Thema, weil das Volumen in diesen Optionen signifikant zugenommen hat. Die Befürchtung im Markt ist natürlich ein wenig, dass durch das hohe Volumen das Delta-Hedging der Optionen, das im Hintergrund passiert, Marktbewegungen zusätzlich antreibt. Das führt dazu, dass dieses Delta der Optionen exponentiell zunimmt und das wiederum kann dann zu erhöhtem Delta-Hedging führen, was natürlich zu enormen Kursausschlägen im Extremfall führen könnte. Wir haben uns explizit auf so ein Szenario in der Strategie vorbereitet und sichern unser Delta innerhalb des Tages entsprechend ab, sobald der Aktienmarkt bestimmte Schwellen überschritten hat, sodass wir von so extremen Marktphasen nicht so stark betroffen wären, sollte so etwas passieren. Ich denke, das ist durchaus sinnvoll, weil das zusätzlich auch noch das Delta zu Aktien reduziert und damit in Bärenmärkten positive Prämien zu erwarten sind. Des Weiteren ist es nicht nur ein Risikoschutz, sondern es reduziert auch so ein bisschen die realisierte Variante der Volatilität und das wiederum am Ende erhöht dann in solchen Phasen sogar die Erwartung der Volatilitätsprämie. Sagt Bernhard Brunner von dem Münchner Wohler-Spezialisten Finkham. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank von meiner Seite.